Alter, ich bräuchte mal wirklich den Stein. So, ich hüpfe jetzt da rein. Mal gucken, ob ich hier jetzt noch besser irgendwo rauskomme. Oh, cool. Sage ich doch. Viel besser. Was bist denn du? Walk to Wars Camp. Huch, was bist denn du? Ah! Verpiss dich, du Vogel. Du sollst dich verpissen. Lass mich in Ruhe. So, geht doch. So, das Smid werfe ich mal weg. Das blöde Ding. Wo sind wir denn überhaupt rausgekommen? Eigentlich so weit sind wir nicht weg. So, ist ja nicht. So, mal gucken, was wir hier jetzt noch alles so rausbekommen. Auf jeden Fall können wir Gold mitnehmen. So sieht's aus. Gold könnten wir mitnehmen. So. Mein Charakter dreht mal hier wieder durch. Ist ja auch schön. So, was sind denn das eigentlich für Teile? Hm. Die sehen wie so Schachfiguren aus. Also wie die Springer. Äh, ja. Ja, genau. Springer. Sehen die aus. Ob die mir was tun oder nicht. Vor allem, die leben auch auf so einem komischen Schachbrettfeld. Finde ich lustig. Hm. Achso, meine Spitzhacke ist futsch. Meine Spitzhacke ist futsch. Da muss ich ja direkt was dagegen unternehmen. So. Da noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Äh, essen. Essen, Frau, essen. So, ich darf mich ein bisschen ernähren. So, ist ja nicht. So. Is. Is oder stirb. Eins von beiden. Kannst du dir aussuchen. So, hier ist ganz viel Stein. Greift ihr mich an? Ja, ihr greift mich an. Die mechanischen Dinger. Ich brauche Wasser, um die zum Rosten zu bringen. Oder? Also, äh, äh. Äh, äh, äh. So, wenn hier noch Kacke rumliegt, ist es. Häschen. So, ich setze euch mal die Bären vor. Hier habe ich noch eine Falle für euch. So. Dann können wir euch natürlich schön einfangen. So, Holz müsste ich noch sammeln. Ei, ei, ei. Ei, aber hier in der Gegend könnte ich bleiben. Könnte ich noch den Stein hier, äh, abbauen dann. So, du blödes Häschen. Die Nacht ist auch schon wieder am Kommen. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich lasse mich hier nieder. Fürs Erste. Also, da haben wir schon Überlebenschancen. So, vor allem, wir können die hier endlich herstellen. Ja, schon haben wir ein paar Ideen für ein paar gute Sachen. So, ich brauche meine Axt noch. Ich will noch ein paar Bäume hier klein machen. Bevor das hier komplett dunkel wird. Um einfach, äh, ja, vielleicht ein paar Bretter herzustellen, um die Kisten zu machen. Die wäre schon verdammt wichtig, die Scheißkiste. So, der Baum ist auch gleich hin. Komm, 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 komm. So. Also, die, äh, Ding hält wirklich haargenau 100 Schläge her. Ist ja auch geil. So, ein bisschen nachlegen hier. So, leg nach, Frau. So, danke. Okay. Dann kann ich mir... Rope. Boards. Ja, ja, leg mal hin. So. So, warte, werfe ich jetzt dabei schnell... Ach, Pflanz hin. So, dann brauche ich eine Kiste. Eine Chest. So, um hier ein bisschen Zeug zu lagern, wie das hier. Und... Ach, was könnte ich denn noch lagern? Das ganze Gold könnte ich drin lagern. Die Spinnennetze. Die Teile hier kann ich ja drin lagern. Perfekt. Perfekt. So, eine Karotte für zwischendurch. So. Fleisch. Könnte ich mir dann auch brutzeln. So. Aber jetzt erstmal den hier pflanzen. Und den Samen genommen. So, was könnte ich noch alles machen? Ich kann mir doch... B-b-b-b... Einen Rucksack. Oder... Swordhead. Ah, da ist er. Backpack. Mein Guckpackpack. So, jetzt habe ich aber kaum noch Gras hier. Ups. Nichts safen hier. So. Jetzt dürfen wir hier wieder die Nacht überstehen. Und hier mal warten. Aber dann müssen ein paar Bäume dran glauben. Aber viele sind hier nicht. Das könnte jetzt schon ein Problem werden. Dass hier nicht so viele Bäume sind. Muss ich hier dann so mal runter gucken. Oder rüber. Oder hoch. Irgendwo hin. Hauptsache Holz. Hauptsache Holz. Ich könnte mir eigentlich schon wieder eine Spitzhacke machen. So. Danke. Und dich mache ich mal hier rüber. Einen Hut könnte ich mal gebrauchen. Ach, meinem Kopf geht es auch schön langsam wieder besser. Es ist auf dem Weg der Besserung. Das ist ja schön. So. Ich hoffe, ich verrecke hier nicht so schnell. Ei, 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 ei. So. Ich glaube, wenn der Tag anbricht, mache ich mal eine kurze Pause. Oder, nee, ich mache gleich mal eine kurze Pause. Ich sage dann bis gleich. So. Da bin ich auch schon wieder mit dem nächsten Tag. Der gerade anbricht. So. Mal gucken, wo wir jetzt einen Wald finden, den wir hier dezermären können. Um hier einfach ein paar Bäume hier zu bekommen. Weil mit einem Baumscham komme ich nicht über die Nacht. Nee, nee. Hier sind auch eilendlich viele Karotten. Stöcke sind hier auch ein paar. Na ja, gut. Zwei Stöcke habe ich nur noch. Da nehme ich lieber noch ein paar Stöcke mit. Ein paar Zweige. Aber die brennen immer nicht so gut. So. Ich habe eh noch 17 Karotten. Da brauche ich jetzt die Dinge nicht abernten. Die Beeren. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. So. Tag 5 haben wir ja jetzt mittlerweile schon. Ah, scheiße. Ach so. Hat er gleich. Hat sie gleich die nächste Axt gezückt. Um hier noch was zu machen. So. Hier ist noch ein Baum. Der auch mal dran glauben darf. So. Ich brauche definitiv noch mehr Holz. So. Baum stirb. Ich nehme hier mal die Setzlinge noch mit. Um einfach mal wieder den Waldbestand zu erhöhen. Brauchen wir ja doch ein paar Bäume noch in der Spielzeit. Hoffe ich jetzt mal. Wenn wir ein bisschen noch überleben, dann wird das natürlich schon notwendig hier. Um einfach mal überleben. Ein paar Stöcke noch. Alter. Aber ich sehe hier keine großen Bäume. Das stimmt mich missmutig. Das stimmt mich sehr traurig. Dass ich da hier nichts anständiges finde. Oder nicht viel finde. So. Machen wir hier noch ein paar Steine platt. Wenn sie hier schon so rumstehen. Ah, Holz dürfte fürs Erste wieder reichen. Jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Was wir mal brauchen können. Was ist denn das? Attack. Okay. Voll die futuristischen Viechers. Waaah. Ich habe es hier irgendwie schon wieder auf mich gepullt. Waaah. Du verfolgst mich nicht. Vergiss es. So. Hier sind nur Häschen und hier regnet es. Waaah. Immer diese Feuchtigkeit von oben. Das gefällt mir nicht. So. Irgendwie. Ne. Bretter könnte ich jetzt überall herstellen. Ist ja auch cool, wenn das dann mehr wird, was ich unterwegs herstellen kann. Also ich brauche wirklich nur die Science Machine am Anfang. Dass ich hier natürlich irgendwo einen Durchblick bekomme. Also dass ich weiß, was ich tue. So. Ein Wiederbelebungsschrein wäre mal geil. Aber so einen finde ich ja nicht. So viel Glück habe ich dann auch wieder nicht. So. Ich bin eigentlich losgegangen, um Holz zu sammeln. Aber. Ja gut. Ich habe ja schon wieder genug. Nimm alles mit. Achso. Ich könnte eine Spitzhacke gebrauchen, weil sonst ist hier nicht viel. So. Mach platt den Stein. Vielleicht kriegen wir ja noch ganz gute Sachen hier zusammen. So. So. Hier. Gut. 20 Steine schon. Besser als nichts. Nichts. So. So. So ein Goldstein wieder zerlegen. Hier noch einen. So. Das dürfte reichen. Gut. Im Regen rosten sie auch nicht. Hm. Die werden mich hier gnadenlos... Wow. Scheiß Blitz. Potz Blitz. Ich warte nur drauf, dass ich durch einen Blitz getötet werde. So. Aber heute überlebe ich Tag 7. Night is coming. Schon wieder. Wo kommt denn da an der Tag hin? Der läuft mir hier immer weg. So. Da ist mein Lagerfeuer mit der Science Machine. So. Dann werde ich hier mal... Bisschen was ins Feuer. So. Können wir hier... Ach so. Ich dürfte was essen. So. Koch mal. Ein bisschen was zumindest. So. Sieben Stück dürften reichen, glaube ich mal. So. 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 Jetzt bin ich wieder voll. Dann kann ich... Uh. Hier ist ein Häschen drin. So. Töte das Häschen. So. Brav. So. Hier. Rein damit. Ach ja. Ich könnte die zweite Falle auch noch schnell aufstellen. Ach so. Ne. Die hier. So. Passt doch. Dann dürfte ich da noch ein bisschen was hineinbekommen. So. Ne Chest. So. Zwölf Goldstücken haben wir schon. Ist ja krass. Ist ja krass. So. Ach so. Das wollte ich ja auch noch irgendwie reinpacken. Hier. Wäre vielleicht für Vorteil... Ja, ja. Lasst mir nur hier keine Samen liegen. Ist klar, ne? Ist klar. Ihr könnt mich schon verarschen hier eine Runde. So. Was kann ich denn noch alles herstellen? Hier könnte ich Cute Stone machen. Hm. So. Da. Äh. Heavy Wall. Hey Wall. Nicht Heavy Wall. Stone Wall. Was ist denn das eigentlich? Wooden. Flooring. Cobblestones. Okay. Für was? Build your own road to... Oh. No. Ähm. Was? No here. Aha. Vigage. Rabbit Hooch. Aha. Allet mö... Was ist denn das? Bunny Puff. Was ist ein Bunny Puff? Äh. Äh. Karotten. Boards. Pig House. Aha. Ein Häuschen für ein Schwein. Auch nicht schlecht. Huch. Ich dürfte mal wieder nachlegen. Nicht, dass es mir hier zu dunkel wird. So. Ähm. 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 Wo war ich denn jetzt? Hier. Stone Wall. Pig House. Ach so. Okay. Dann bin ich hier schon mal durch. So. Alchemie. Scheiße. Da habe ich zwei Cute Stone. Und... Boah. Krass. Was man da alles bauen kann. Nicht normal. Aha. 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 Ja. Zwei Cute Stone. Die könnte ich eigentlich schon mal herstellen. Wo sind denn die nochmal? So. Die sind glaube ich hier. Rope. Cute Stone. So. Da können wir doch gleich noch ein Cute Stone machen. So. Und was brauche ich noch für die Kacke? Äh. Bretter bräuchte ich glaube ich. Huch. Ja. Egal. Packen wir mal alles hier in die Kiste. So. Und jetzt brauche ich definitiv Holz. Definitiv brauche ich hier Holz. Eieiei. Und meine Karotten vergammeln mir schon langsam. Ist ja gar nicht schön. So. Ist mal was zwischendurch. Ich rühre die Karotte ein bisschen besser an. Damit hier alles wieder besser wird. So. Wuhu. Ich habe einen Wald gefunden. Wo ist meine Axt? Mann reiche sie mir. So. Hier könnte ich in die Tiefe gehen. Aber. Das lasse ich mal noch. Besser ist besser. So. So. Da setze ich dann noch ein paar Bäume später. Damit ich auch wirklich. Äh. Noch Waldbestand später habe. So.